Im vorherigen Video unserer Reihe haben wir die ersten Diagramme kennengelernt, wie man Daten, wie man unsere Energiedaten visualisieren kann mit unterschiedlichen Arten von Diagrammen, dem Balken, Linien und Kreisdiagramm. Und wir haben uns dann auch schon mit dem XY-Diagramm beschäftigt. In dieser Folge soll es jetzt um die weiterführenden Diagramme gehen. Also was geht hier noch? Ich will nicht alle Diagramme, die wir jetzt hier ja zur Verfügung haben, darstellen. Es soll jetzt hier heute um die Kastengrafik gehen, wie sie dann im Deutschen heißt. Also da geht es um die Varianz oder die Variation von Daten, der Spreizung von Daten. Auch diese Netze und so weiter, das sind alle sehr spezielle Anwendungen, das Histogramm. Auch das gucken wir uns nochmal in einem Folgevideo an, aus einer anderen Blickrichtung. Also wie lassen sich jetzt aber Häufigkeitsverteilung darstellen? Das machen wir dann nochmal in einem anderen Video, das machen wir nicht in diesem Video. Also man sollte sich ja mal immer angucken, was es so an Möglichkeiten gibt. Wie lassen sich Daten darstellen? Da gibt es eine ganze Reihe an sehr interessanten Möglichkeiten. Auch diese Web-Version von Excel hier innerhalb von der Teams-Umgebung etwas eingeschränkt. Das Excel-Programm als Standalone-Programm auf dem Rechner hat noch mehr Möglichkeiten. Ist auch etwas flexibler in der Darstellung. Heute in diesem Video soll es um dieses Thema der Kastengrafik des Boxplots gehen. Und dann wie kann ich eine Heatmap erzeugen? Wir haben hier wieder unsere Daten. Datei ist verlinkt in der Videobeschreibung. Ich habe jetzt hier unsere Daten genommen. Das sind diese Lastgang-Daten von Deutschland. Also wie groß war die Stromlast in jeder Stunde? Die hatten wir in dem Video zum Thema Index. Also wie kann ich Daten umorientieren? Wir haben hier nochmal diese Formel oder diese Funktion Index, wo wir dann diese Daten umsortieren, dass wir horizontal haben wir die Stunden von 0 Uhr bis 23 Uhr vertikal runter die Tage. Das heißt, wir haben quasi diese Spalte aufgeteilt in eine Tabelle. Das vielleicht nochmal zur Erinnerung. Ansonsten einmal in das Video zum Thema Funktion Index in Excel anschauen. Was wir jetzt aber hier sehen ist, ich habe jetzt hier Excel gesagt, bitte stelle diese Daten als Boxplot dar. Weil diese Boxplot eine sehr komplexe Art sind, Daten darzustellen und zu analysieren. Was sehen wir jetzt hier? Gehen wir der Reihe mal nach. Also fangen wir mal an hier vorne um 0 Uhr. Das ist die erste Darstellung. Man sieht hier unten schon, hier unten in der X-Achse fehlen die Bezeichnungen. Das ist eine Sache. Excel kann mit diesen Kastengrafiken, mit diesen Boxplots nicht so richtig umgehen. Das funktioniert nicht gut. Wir haben geguckt, wie man das jetzt noch hinzufügen kann. Aber das lässt Excel so nicht zu. Diese Kastengrafik gibt es auch noch nicht in allen Versionen. Also in den älteren Versionen von Excel ist die noch nicht verfügbar. Die ist dann erst später dazu gekommen. Da musste man früher Hilfsmittel bauen über diese, was ist die hier drin? Das ist quasi hier so eine Art der Wasserfallgrafik, so Aktienkursgrafik. Damit konnte man diese Boxplots nachbauen. Mit Fehlerbalken ist aber alles jenseits von gut und böse. Also da will ich gar nicht drauf eingehen. Das ist jetzt schon eine weitergehende Analyse. Mit Fehlerbalken gucken wir uns jetzt hier nicht an. Wir konzentrieren uns auf diese Datenanalyse. Was sehen wir jetzt also hier? Wir haben unseren Kasten. Der Kasten gibt an. Innerhalb des Kastens sind 50% aller Messdaten. Das heißt, wir haben jetzt hier 365 Stundenwerte. In dieser Spalte 0 Uhr haben wir 365 Werte. Was Excel jetzt macht, Excel berechnet den Mittelwert, den Median, erstes und drittes Quartil. Und daraus berechnet Excel dann die Daten, um diese Berechnung hier oder um diese Darstellung hier vorzunehmen. Also was sehen wir hier? Die horizontale kleine Linie. Das ist der Median. Bedeutet 50% aller Werte sind größer. 50% der Werte sind kleiner. Das können wir vielleicht mal hier einmal hier oben ergänzen. Ich möchte das hier oben vielleicht mal drüber machen, damit wir es auch ganz gut sehen. Verschaffen wir uns mal ein bisschen Platz. Haben wir auch schon mal gemacht. Also das hier ist der Median. Können wir auch eins nach oben schieben. Also Median. Und dann soll das hier von F diese Daten sein. Das ist genau der Median. Dann haben wir noch den Mittelwert. Das ist quasi. Das war das Falsche. Ich wollte hier einmal die Zellen festhalten. Wobei das hat er nicht. Doch hat er richtig runtergezogen. 365 Daten. Alles gut. Und wir müssen jetzt hier. Dollarzeichen sind noch zu viele. Das. F halte ich nicht fest. Da machen wir das Dollarzeichen weg, damit ich das gleich runterziehen kann. So. Dann können wir jetzt hier runterziehen. Was haben wir jetzt hierher? Möchte ich den Mittelwert. Der ist ähnlich, aber nicht ganz. Die weichen ein bisschen voneinander ab. Bei einer idealen Gauss-Verteilung wären diese beide Werte natürlich gleich. Wir haben das erste Quartil. Auch das haben wir schon gesehen. Das ist Quartile. Und geben dann als optionalen Parameter die 1 an. Das ist dann das erste Quartil. Und haben dann noch das dritte Quartil. Berechnen wir das mal einmal von Hand. Quartil. Das ist dann hier die 3. Und wenn wir die 2 machen, dann haben wir unseren Median. Dann haben wir unser Quartilsbrechen. 2 ist der Median. 3 ist das obere Quartil. Also die obere Kante von unserer Box. Und dann haben wir den Interquartilsabstand. Das ist die obere minus die untere Grenze. Das heißt, das ist quasi die Höhe unserer Box. Das ist der sogenannte Interquartilsabstand. 3. Quartil minus 1. Quartil. Innerhalb dieses Quartils, innerhalb dieser Box, das liegen 50% der Messdaten. 50% liegen außerhalb. Also 25% drüber, 25% drunter. So sind ja diese Boxplots, diese Kastengrafiken aufgebaut. Dann haben wir noch diese Antennen. Die sogenannten Whisker-Antennen. Da gibt es jetzt verschiedene Definitionen. Da geht es ja darum, was sind Ausreißer. Also hier ist mal obere Whisker-Antenne. Und untere Whisker-Antenne. Ach, da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Tatsächlich ist es jetzt so. Häufig gibt es die, oder wird das so definiert, man nimmt den, die obere Kante, und packt die anderthalbfache Länge unserer Box obendrauf. Also, das heißt, das haben wir, wenn wir jetzt nach oben gehen wollen, haben wir dieses dritte Quartil. Plus, dann haben wir das 1,5-fache unseres Interquartils Abstands. Das gibt quasi die obere Kante unserer Whisker-Antenne an. So, das sind jetzt hier 59.400. Das ist es hier nicht ganz. Das ist jetzt hier nochmal anders definiert. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu definieren. Und das Gleiche machen wir bei der unteren Whisker-Antenne. Das heißt, wir nehmen das erste Quartil und ziehen davon das 1,5-fache unseres Interquartils Abstands ab. Sind wir bei 33.000. Das heißt, da werden wir tatsächlich irgendwo hier mit der Whisker-Antenne, dann werden die beiden gleich lang. Da gibt es, wie gesagt, mehrere Möglichkeiten, das darzustellen. Denn diese 1,5 ist so ein Weg, diese Berechnung zu machen. Das ist jetzt hier in Excel anders dargestellt, was jetzt diese Whisker-Antennen angeht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir ziehen das hier mal dann entsprechend rüber bis zur 23. Das sollte er jetzt ja auch machen. Das hat auch funktioniert. Also das heißt, wir haben jetzt hier unseren Median. Und in der Darstellung ist es so, der Median ist jetzt diese horizontale Linie. Der Mittelwert ist das x. Die weichen ja so ein bisschen voneinander. Bei uns ist der Mittelwert etwas größer hier um die Uhrzeit. Das ist 0, 1, 2, 3, 4, 5, um 6 Uhr. Da sehen wir ja auch hier vorne, da ist der Median größer als der Mittelwert. Also so ist das in diesem Fall dargestellt. Diese kleinen Punkte hier, das sind dann die Ausreißer, also Werte, die außerhalb dieses Interquartils und Whisker-Antennenabstands liegt. Das definiert man als Ausreißer. Die kann man dann zum Beispiel rauslöschen, wenn man jetzt Messdaten hat und möchte Ausreißer loswerden, damit die keine Datenanalyse verfälschen. Wäre das eine Möglichkeit zu sagen, alles was außerhalb unserer Whisker-Antennen liegt, lösche ich raus, um dann eine bessere Verteilung zu bekommen. Das muss natürlich sinnvoll sein, muss eine Anwendung haben. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Wir sehen hier unten nochmal zwei Nullwerte. Das ist dann der Teil, wenn wir Sommer-Winterzeit-Wechsel haben, haben wir schon darüber gesprochen. Da sind natürlich dann entsprechende Nullwerte vorhanden, weil jetzt hier in den Daten dort jeweils eine Null steht. Der Vorteil dieser Box-Plots ist jetzt tatsächlich, dass man hier eine sehr genaue Analyse fahren kann und verstehen kann, wie ist jetzt das Lastprofil. Je breiter oder je höher diese Boxen sind, desto größer ist die Variabilität der Daten. Das heißt, nachts haben wir einen sehr stabilen Energieverbrauch zwischen ja irgendwas so 40 und knapp unter 50 Gigawatt. Tagsüber geht das dann raus, bleibt aber auch stabil in den Mittagsstunden bei etwas über 60 Gigawatt. Es kann mal raufgehen bis knapp unter 80. Jetzt muss man aufpassen, 2022 war jetzt schon ein Sonderjahr, weil wir 2022 durch den Ukraine-Krieg und die daraus resultierenden hohen Energiekosten einen geringeren Energieverbrauch haben. Man hat auch noch für 2020 und 2021 dann noch die Corona-Jahre mit auch leicht veränderten oder niedrigeren Energiewerten. Da muss man bei solchen Datenanlösen wirklich aufpassen. Selbst im langjährigen Mittelwert 2020 bis 2022 kriegen wir dann eine Verfälschung der langfristigen Trends. Da auf jeden Fall aufpassen. Ansonsten der typische Verlauf, Anstieg in der Mittagszeit, leichtes Abfallen in Richtung Nachmittag, dann noch mal ein kleiner Anstieg in den Abendstunden. Das kommt insbesondere durch die Wintermonate und dann geht es halt wieder runter, bis dann um 23 Uhr niedrigere Werte haben. Minimum liegt meistens so um 2, 3, 4 Uhr morgens und um 4 Uhr fangen dann die ersten Industriebetriebe vor allem an mit ihrer Produktion. Das sind so die ersten Schichten, die dann losgehen. Also 6 Uhr geht es auf jeden Fall los. Aber so Flughäfen und solche großen Einrichtungen, die fangen dann schon etwas früher an und dann steigt schon langsam der Energieverbrauch. Also von daher, diese Boxbots sind sehr komplex. Man erkennt sehr viel, wenn man auch ein bisschen erfahren ist. Also meine Empfehlung, wenn man solche Lastgangdaten hat, egal ob Erzeugung oder Verbrauch, machen solche Boxbots immer Sinn, weil man sehr schnell ein Gefühl dafür bekommt, wie groß ist die Varianz der Daten streuen. Die sind hier einigermaßen konzentriert. Wie ist der grundsätzliche Verlauf? Das kann man jetzt noch trennen nach Werktag, Samstag und Sonn- und Feiertagen. Also nochmal eine weitergehende Analyse auch, dass man versucht, in den Jahreszeiten mal zu schauen, wie sieht das jetzt im Winter aus, in der Übergangszeit, Herbst und Frühling. Und auch im Sommer kann man entsprechende Daten analysieren. Letzter Teil, den wir uns dann angucken wollen, in einem weiteren Video ist dann das Thema der Heatmap. Das ist eine Sache, das kann Excel so nativ nicht. Da muss man sich eines kleinen Kniffs behelfen, ist aber auch sehr nützlich. Gucken wir uns dann in einem weiteren Video an. Das machen wir jetzt nicht in diesem Video, bleiben hier bei den Boxbots. Und in dem nächsten Video machen wir dann nochmal einen tieferen Einstieg in das Thema Heatmap und der sogenannten bedingten Formatierung. Einstieg in das Thema Heatmap. Vielen Dank.